Hi, ich bin Patrick von Hello und ich freue mich bereits sehr auf die AllSocial in München. Ich spreche dort über den wichtigsten Lead jeder Organisation, die richtigen Talente. Ich spreche darüber, wie eine starke Enquirer-Brand dabei hilft, die richtigen Talente zu finden, zu binden und langfristig von einem Unternehmen zu begeistern. Und insbesondere, welche wichtige Rolle das Thema Purpose dabei spielt. Ich freue mich auf die AllSocial von 11. bis 13. März.